Ja, du wirst nicht zu hören. Ah, hallihallo ihr Lieben. Jetzt so weit. Ich hoffe, ihr habt gestern gut überstanden. Heute wird nicht ganz, also heute wird nicht so schwer wie gestern, aber trotzdem spannend. Habt ihr noch irgendwelche Fragen, bevor wir anfangen? Okay, erstmal nicht. Wir haben auch, wie viel? 20 Leute haben wir verloren. Das ist doch gut. Dann lasst uns direkt anfangen. Wir machen hier diese Aufgabe. Eine Aufgabe zu verschiedenen Verteilungen. In einer Urne befinden sich 150 Kugeln. Fangt damit mal an. Ich gebe euch so 20 Minuten, also bis 13.25 Uhr dafür Zeit. Okay. Vielen Dank. yükselt. Wir haben eine серeneici. 항상 steigt. Das ist schön. Vielen Dank. 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 Okay. Dann gebe ich euch noch, dann gebe ich euch noch... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. ... Okay. dann einfach gut gut. Zuhören. Ein Beispiel ist, 0,0005 Cent. oder Körpergröße. wo ich abzählen kann, was rauskommt. Und genau, die Aufgabe fragt eigentlich ganz schön diese verschiedenen Verteilungen ab. Und man kann die sich folgendermaßen merken. Also immer, wenn in der Aufgabe gefragt wird, wenn es darum geht, was sind die Versuche bis zum ersten Erfolg, dann passt eine geometrische Verteilung auf diese Aufgabe. Also wann kriege ich das erste Mal meinen Führerschein? Wann schieße ich das erste Tor? Wann gewinne ich das erste Mal? Solche Fragestellungen, die löse ich mit einer geometrischen Verteilung. Und bei einer geometrischen Verteilung ist es wichtig, dass man mit Zurücklegen arbeitet. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg ist immer gleich. Also es wäre zum Beispiel so, dass ich bei jedem Elfmeter die Wahrscheinlichkeit konstant von 10 Prozent habe, dass ich ein Tor schieße. Oder dass ich jedes Mal, wenn ich Lotto spiele, eine konstante Wahrscheinlichkeit habe, dass ich gewinne. Das ist ein ganz klassisches Problem, was man mit einer geometrischen Verteilung löst. Die zweite Verteilung, die ihr kennengelernt habt, ist die hypergeometrische Verteilung. Das ist eine Verteilung, bei der die Wahrscheinlichkeit sich verändert. Also es ist ganz klassisch, ich ziehe irgendwie Karten aus dem Kartendeck. Dann ist beim ersten Mal die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine rote Karte ziehe, anders als beim zweiten Mal. Je nachdem, ob ich beim ersten Mal eine rote oder nicht rote, ob ich beim ersten Mal eine rote oder nicht rote aus dem Kartendeck entfernt habe, hat sich die Wahrscheinlichkeit geändert. Aber jetzt gibt es eine andere Verteilung von roten zu schwarzen Karten in diesem Kartendeck. Das ist ein ganz klassisches Problem, was man mit einer hypergeometrischen Verteilung lösen kann. Bei einer Binomialverteilung bleibt die Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Ereignis konstant. Das ist das klassische Beispiel, ich ziehe eine Karte aus dem Kartendeck, aber ich lege sie wieder zurück. Dann ist die Wahrscheinlichkeit immer 50 Prozent, dass ich eine rote beziehungsweise eine schwarze Karte ziehe. Und die letzte Verteilung, da kann man nicht so wirklich sagen, also da kann man nicht so aus der Aufgabenstellung rauslesen, ob was Poisson verteilt ist oder nicht. Das ist dann einfach angegeben. Und das sind typischerweise binomial verteilte Zufallsexperimente mit großem N und kleiner Erfolgswahrscheinlichkeit. Was man normalerweise mit Poisson-Verteilung modelliert, sind Warteschlangen. Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Warteschlange beim Aldi drei Leute hat oder vier an der Kasse. Das sind klassische Dinge, die Poisson verteilt sind. Es ist halt häufig so, muss man gleich dazu sagen, dass man bestimmte Verteilungen einfach beobachtet, in der Natur beobachtet. Also jemand geht hin und malt irgendwie auf, okay, wann treffen denn Leute beim Aldi in der Warteschlange an der Kasse ein. Und dann zeichnet er die Verteilung auf und dann merkt er, oh, das ist aber ähnlich wie eine Verteilung, die ich beim anderen Prozess schon gesehen habe. Und so kann so eine Verteilung zustande kommen. Also für die Poisson-Verteilung gibt es keine Faustregel. Wenn ihr die benutzen sollt, ist es eben in der Aufgabe angeben. Wenn ihr gar keine Ahnung habt, welche Verteilung gemeint ist in einer bestimmten Aufgabe, ist es immer ein ganz guter Hint dafür, dass es vielleicht um die Ungleichung von Chebyshev geht. Die könnt ihr nämlich anwenden, egal wie eine Zufallsvariable verteilt ist. Und es gibt verschiedene Formeln für die Ungleichung von Chebyshev. Ich würde diese beiden hier empfehlen, mit diesem Epsilon im Nenner. Damit könnt ihr eigentlich alles lösen. Bei der Ungleichung von Chebyshev kann man zwei Sachen fragen. Ich kann eine Höchstwahrscheinlichkeit fragen. Also wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Einkommen höchstens 10 Euro vom mittleren Einkommen in Deutschland abweicht? Oder ich kann eine Mindestwahrscheinlichkeit fragen. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Einkommen mehr als 10 Euro vom mittleren Einkommen in Deutschland abweicht? Und das sind die beiden Fragen, die ich mit einer Ungleichung von Chebyshev beantworten kann. Und je nachdem, ob eine Höchst- oder Mindestwahrscheinlichkeit gefragt ist, würde ich eben eine dieser beiden Formeln anwenden. Genau. So viel zur Theorie. Gibt es dazu eine Frage? Wenn nicht, habe ich den Sachverhalt wahrscheinlich sehr gut erklärt. Dann gehen wir einfach in die Aufgabe rein. Ja, also in der Aufgabe habe ich eben eine Urne mit 150 Kugeln. Und jetzt sollen wir in der A die Wahrscheinlichkeit beziehen, bei viermaligem ziehen, mit zurücklegen, mindestens eine gelbe Kugel zu ziehen. Okay. Das heißt, ich habe hier erstmal mit zurücklegen. Mit zurücklegen bedeutet jedes Mal, wenn ich ziehe, lege ich die Kugel zurück. Das heißt, ich habe immer die gleiche Wahrscheinlichkeit, eine gelbe Kugel zu ziehen. Es sind nämlich immer 90 gelbe Kugeln in der Urne mit insgesamt 150 Kugeln. Das heißt, jedes Mal bei jedem Zug ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine gelbe ziehe, 90 durch 150. Und das ist unser Hint. Hey, unsere Zufallsvariable oder unser Problem ist binomial verteilt. Und zwar mit n gleich 4, weil ich viermal ziehe. Und die Wahrscheinlichkeit für meine gelbe Kugel, 90 durch 150 beziehungsweise 0,6. Und jetzt sollte ich die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass ich mindestens eine gelbe Kugel ziehe. Und das habe ich hier mit der Gegenwahrscheinlich gemacht. Also Gegenwahrscheinlichkeit gemacht. Also wenn man bei diesen mindestens Fragen, ist es meistens ein ganz guter Call, mal kurz dran zu denken, geht es nicht schneller, wenn man mit der Gegenwahrscheinlichkeit rechnet. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mehr als eine Kugel ziehe, ist nichts anderes als 1 minus die Wahrscheinlichkeit, dass ich gar keine Kugel ziehe. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich gar keine Kugel ziehe, ist 0,4 hoch 4. Und wenn ich das in den Taschenrechner eingebe, kommt 0,9744 raus. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei vier Zügen mindestens eine gelbe Kugel ziehe, ist 97,44%. Gibt es dazu eine Frage? Sonst einfach reingrätschen, wenn ich zu schnell bin. Sonst gehen wir zu B. Was ist jetzt die Frage? Die Frage ist, im zehnten Zug mit Zurücklegen erstmals eine blaue Kugel zu ziehen. Und das ist eine klassische Frage, bei der die Wahrscheinlichkeit für den ersten Erfolg gefragt wird. Ja, also wann habe ich das erste Mal den Erfolg, eine blaue Kugel zu ziehen? Und das ist ein Buzzword für eine geometrische Verteilung. Ja, so eine Zufallsvariable oder so ein Problem, hier ist geometrisch verteilt. Jetzt muss ich mir überlegen, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, eine blaue Kugel zu ziehen? Na ja, gut, es gibt insgesamt 15 blaue Kugeln. Es gibt insgesamt 150 Kugeln. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, eine blaue Kugel zu ziehen, ist nichts anderes als 0,1. Und ich habe bei jedem Mal immer, immer, wenn ich wieder ziehe, die Wahrscheinlichkeit von 10% eine blaue Kugel zu ziehen und von 90% keine blaue Kugel zu ziehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich beim zehnten Mal zuerst eine blaue Kugel ziehe, ist nichts anderes als 0,9 hoch 9 mal 0,1. Also 9 mal keine blaue Kugel und dann eine blaue Kugel. Und das ist 3,87. Sehr gut. Entschuldigung? Ja. Werte Frage. Also ich habe das einfach mit der Binominalverteilung gemacht, einfach p von x gleich 0 und da kommt dann derselbe Wert raus. Also wenn man quasi, ich habe das auf die 9, also quasi ein Zug abgezogen. Also dann 9 über 0 mal 0,1 hoch 0 mal 0,9 hoch 9. Kommt dasselbe raus. Ja, das ist eher, also was heißt es nicht Zufall? Das ist ja die gleiche Formel. Aber bei einer Binomial, ja, also es ist in dem Fall richtig, ist aber ein bisschen kompliziert gedacht. Also würde ich eigentlich nicht empfehlen. Okay. Weil theoretisch bei einer Binomialverteilung ist es halt erlaubt, dass wenn du zehn Züge machst, ist es erlaubt, dass du dass du entweder beim ersten Mal eine blaue Kugel ziehst oder beim zweiten Mal eine blaue Kugel ziehst. Ja, und das ist bei einer geometrischen Verteilung nicht erlaubt. Bei einer geometrischen Verteilung ist safe, die blaue Kugel muss beim zehnten Zug kommen. Ja, das ist der Unterschied. Aber wäre dann nicht die Wahrscheinlichkeit die gleiche, wenn ich zehnmal ziehe und im fünften einmal die blaue Kugel dann ziehe, dann würde ich doch auch trotzdem 0,9 hoch 9 mal 0,1 haben. Ja, also mit einer Binomialverteilung würdest du die Frage beantworten, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, einmal bei zehn Zügen eine blaue Kugel zu ziehen. Und bei einer geometrischen Verteilung fragst du dich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, erst neunmal keine blaue Kugel und dann einmal eine blaue Kugel zu ziehen. Aber von der Reihenfolge müsste das doch egal sein, weil das wird doch sowieso nur miteinander multipliziert, oder? Ja, aber hier ja, hier ist die Wahrscheinlichkeit höher. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist höher. Warum? Weil du hast das Ereignis eine blaue Kugel neunmal keine dann beim zweiten Mal eine blaue Kugel dann beim dritten Mal und so weiter und so fort. Ja, und hier hast du nur die Möglichkeit neunmal keine blaue Kugel und dann am Ende eine. Das heißt, hier ist die Wahrscheinlichkeit niedriger. Gibt es Sinn? Ich nehme das Schweigen mal als Ja. Gibt es noch eine Frage dazu? Genau. Charlotte, der Erfolg ist bei der geometrischen Verteilung immer der letzte Zug. Genau. Sehr gut. Wenn es keine Fragen mehr gibt sonst gerne reingrätschen zur C. Irgendjemand rauscht krass ins Mikro. Bin ich das? Wenn ja, tut es mir leid. Ist es jetzt besser, Kevin? Okay. Mega. Bei der C geht es jetzt hier rum bei fünfmaligem Ziehen ohne Zurücklegen nur gelbe Kugeln zu ziehen. Und jetzt habe ich den klassischen Fall, dass die Wahrscheinlichkeit nicht konstant bleibt. Ja, weil ich bin ohne Zurücklegen. Das heißt, je nachdem, was ich beim ersten Zug ziehe, ändert sich die Verteilung der 149 Kugeln in meiner Urne. Ja, wenn ich eine blaue zuerst ziehe, habe ich dann weniger blaue in der Urne. Wenn ich eine rote zuerst ziehe, habe ich weniger rote in der Urne. Und das ist ein klassischer Fall für eine hypergeometrische Zufallsvariable. In dem Fall habe ich fünf Züge. Ich habe insgesamt, das ist mein Groß N, 150 Kugeln. Und ich habe meinen kleinen M, das sind die Kugeln, die gelb sind, 90 gelbe Kugeln. Und jetzt suche ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich fünf gelbe Kugeln ziehe, also fünf von den 90, keine von den anderen 60. Und insgesamt liegen 150 Kugeln in der Urne und ich will fünf daraus ziehen, das ist mein Nenner. Und das ist die Formel, also letzten Endes einfach die Formel der hypergeometrischen Verteilung und ich komme auf 7,43%. Und nochmal ein kleiner Recap, woher habe ich erkannt, dass man hier eine hypergeometrische Verteilung benutzen muss. Es geht hier um ein Problem ohne zurücklegen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, in jedem Zug eine gelbe Kugel zu ziehen, bleibt nicht konstant. Die ist abhängig davon, was ich vorher gezogen habe. Dazu eine Frage. Sehr gut. Dann zu D. Die D ist jetzt ein bisschen unorthodox. Jetzt geht es darum, bei dreimaligem Ziehen mitzurücklegen, genau eine blaue, eine gelbe und eine rote Kugel zu ziehen. Annika, ich beantworte deine Frage gleich. Lass mich kurz die D machen und dann gehen wir nochmal zurück. Okay, lass uns erst mal das Problem anschauen. Also die Frage ist, bei drei Zügen eine rote, eine blaue und eine gelbe Kugel zu ziehen. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn ich mitzurücklegen ziehe, jeweils eine blaue zu ziehen, ist 15 durch 150, eine gelbe zu ziehen, ist 90 durch 150, eine rote zu ziehen, ist 45 durch 150. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich erst eine rote ziehe, dann eine blaue und dann eine gelbe, ist nichts anderes, als diese drei Zahlen multipliziert. Jetzt gibt es aber verschiedene Möglichkeiten. Ich frage mich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, genau eine rote, blaue oder gelbe zu ziehen, aber die Reihenfolge ist egal. Das heißt, ich muss jetzt hier ein paar verschiedene Ereignisse aufmultiplizieren. Denn zu meinem Möglichkeitenraum gehört nicht nur dieses eine Ereignis, sondern eben auch das Ereignis, ich ziehe zuerst eine gelbe, dann eine blaue und dann eine rote. Das heißt, ich muss mich fragen, wie viele Möglichkeiten gibt es, gelb, blau und rot auf drei Plätzen anzuordnen. Und dieses Problem nennt man Permutation. Und bei einer Permutation, das heißt, wie viele Möglichkeiten gibt es, diese drei Kugeln auf den drei Plätzen anzuordnen, ist die Lösung drei mal zwei mal eins. Auf dem ersten Platz kann ich drei Kugeln anordnen, blau, gelb oder rot. Dann habe ich schon eine weg, das heißt, auf dem zweiten Platz kann ich nur noch zwei Kugeln anordnen, die beiden anderen, die noch übrig geblieben sind und auf dem dritten Platz muss dann die dritte Kugel landen. Das heißt, es gibt insgesamt drei mal zwei mal eins oder drei Fakultäten Möglichkeiten, diese drei Kugeln anzuordnen. Und die Wahrscheinlichkeit, genau diese drei Kugeln zu ziehen, ist 45 durch 150 mal 15 durch 150 mal 90 durch 150. Das heißt, die richtige Lösung ist hier, die Wahrscheinlichkeit für einen dieser Pfade ist das hier. Es gibt aber drei Fakultäten Möglichkeiten, blau, gelb und rot anzuordnen. Das heißt, ich muss drei Fakultäten mal 15 durch 150 mal 90 durch 150 mal 45 durch 150 rechnen. Dann komme ich auf 10,8%. Genau. Und bei der E, die E ist eine Scherzfrage. Keine Ahnung, warum man die gestellt hat. Finde ich auch ein bisschen bescheuert. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, bei 70 mal im Ziehen ohne zurücklegen, mindestens zehn gelbe Kugeln zu ziehen? Ja, ja. Es gibt halt nur 60 Kugeln in der Urne, die nicht gelb sind. Das heißt, ich muss zwangsläufig bei 70 Zügen zehn gelbe Kugeln ziehen. Genau. Eine Frage zu D. Ja. Wäre es theoretisch nicht möglich, dass man mit Binomialverteilung halt die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass man bei drei Zügen einmal blau bekommt, mal die Wahrscheinlichkeit, dass man einmal gelb und einmal rot berechnet? Sollte es eigentlich nicht dasselbe sein? Bei einer Binomialverteilung hast du immer so eine, also bei einer Binomialverteilung hast du zwei mögliche Outcomes. Das ist so ein klassisches 0-1-Problem. Mann, Frau, Sieg oder Niederlage, das sind Sachen, die du mit einer Binomialverteilung modellierst. Und in dem Fall hast du ja drei mögliche Outcomes. Rot, Blau und Gelb. Und deshalb kannst du nicht mit der klassischen Binomialverteilung arbeiten. Okay. Wenn das Sinn ergibt. Ja, ich habe das auch gemacht, so wie du es jetzt gerade gesagt hast. Und da kam auch was völlig anders raus. Ja. Ja, genau. Bei mir auch. Genau, weil du hast, wie gesagt, bei der Binomialverteilung hast du dieses Pi und 1-Pi. Also du hast ein Ereignis und dann das Ereignis nicht eintritt. Und das passt halt nicht zu dem Setting. Weil du hast hier drei Ereignisse, die eintreten können. Genau. Jetzt hat noch jemand gefragt, ob man bei der C durch die Binomialverteilung approximieren kann. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Da müsste ich in der Formelsammlung nachschauen, was die Approximationsregel ist. Ehrlich gesagt, kann ich spontan nicht sagen. Dann gab es noch eine Frage Ach so, Miriam fragt, aber bei der D geht es doch nicht um die Reihenfolge. Ja, das ist richtig, aber ich will, also ich will ja, ich will ja wissen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei meinen Zügen einmal blau, einmal gelb und einmal rot ziehe. Ja, und die Wahrscheinlichkeit ist eben nicht 15 durch 150 mal 90 durch 150 mal 45 durch 150. Warum nicht? Ja, weil das ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich blau, gelb und dann rot ziehe. Aber das Ereignis rot, gelb, blau ist auch Teil meiner Ergebnismengen. Ja, das heißt, diese Wahrscheinlichkeit alleine ist zu klein. Ich muss mir überlegen, wie viele Anordnungen gibt es und die dann damit multiplizieren. Super. David, deine Frage müsste ich nachrechnen. Ich weiß jetzt spontan nicht. Gibt es noch eine Frage? Sonst gehen wir, machen wir eine kleine Aufgabe zur Ungleichung von Chebyshev. und zwar die hier. Ganz kurz. Wo ist sie? Hier. Da. Aufgabe von Chebyshev. Ich gebe euch mal fünf Minuten dafür. Also bis 13. Uhr. Okay. Vielen Dank. 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 Okay. Wir machen. Vielen Dank. Read. read.csv. Genau. Und da muss ich den Pfad eingeben, wo meine Daten liegen und kann auch einige andere Angaben machen, die wir jetzt mal hier ignorieren. Genau. Den zweiten Befehl, den ich mache oder den wir hier machen, das ist ein sogenannter Attached-Befehl. Bei diesem Befehl, alles was ich hier mache, ist, ich nehme Attached und gebe den Namen des Datensatzes ein. Ich habe meine Daten hier in diese Variable eingelesen und Attached bedeutet einfach, dass ich jetzt auf alle Variablen zugreifen kann. Das heißt, ich kann jetzt einfach, wenn in dem Datensatz zum Beispiel eine Variable ist, die heißt Einkommen, dann kann ich auf diese Variable jetzt zugreifen. Ich kann einfach Einkommen bei R eintippen und dann kommen alle meine Einkommenswerte. Genau. Das zur Art. Gibt es dazu eine Frage? Nicht. Sonst einfach reingrätschen. Jan, bitte die Frage mal an alle stellen. Jan hat gefragt, ist eine gute Frage, heißt die Variable hier Daten? Genau. Die Variable heißt hier Daten und diese Variable speichert meinen gesamten Datensatz. Ich kann euch das gleich in R zeigen, was das bedeutet. Genau. Jetzt sollen wir bei der B sagen, interpretieren Sie die Punktschätzung für den Regressionskoeffizienten Beta 2. Hat das Alter zum Niveau Alpha 0,1 einen signifikanten Einfluss? Begründen Sie Ihre Anfrage. Okay. Erstmal die Interpretation. Also wir haben Beta 2, ist mein zweiter Koeffizient, das heißt, der steht hier an zweiter Stelle. Ich habe erst den Y-Achsenabschnitt, dann den ersten Koeffizienten und dann den zweiten Koeffizienten. Und Alter ist eine Variable gemessen in Jahren, das heißt, wenn mein Alter um eine Einheit steigt, dann sinkt mein Pizzakonsum im Mittel, Ceteris Paliobus, um 7,57 Euro. Vielleicht noch ganz kurz, das Ceteris Paliobus ist super wichtig. Warum? Weil diese Aussage gilt nur, wenn mein Einkommen dabei konstant bleibt. Nur dann gilt diese Aussage. Also wenn sich mein Alter und mein Einkommen gleichzeitig ändern, dann gilt diese Aussage nicht mehr. Deshalb ist es eben immer ganz wichtig, hier dieses Ceteris Paliobus oder Z.P-Punkt hinzuschreiben. Jetzt sollten wir sagen, ob dieser Schätzer einen signifikanten Einfluss hat. Und hier in der letzten Spalte des R-Outputs stehen die P-Werte für meine Regressionskoeffizienten. Und der P-Wert für meinen Koeffizientenalter ist 0,002. Das heißt, dieser P-Wert ist kleiner als das Signifikanzniveau 0,01. Und wir haben gestern gelernt, wenn der P-Wert kleiner ist als das Signifikanzniveau, dann ist meine Variable signifikant zum Niveau 1%. Das bedeutet einfach, dass die Nullhypothese für diesen Hypothesentest ist ja, mein Koeffizient hat den Wert auf 0. Das heißt, der Einfluss von Alter ist 0, der Koeffizient ist 0. Und der P-Wert sagt mir jetzt, ich habe euch gestern gesagt, wir müssen mit dem Wort Wahrscheinlichkeit aufhören, aber aufpassen. Aber er sagt ungefähr, es ist sehr unwahrscheinlich, dass mein Koeffizient minus 7,57 ist in meiner Stichpore, wenn er in Wirklichkeit 0 ist. Also dass unter der Annahme, dass die Verteilung im Mittel 0 ist, dieses Koeffizienten, ein solcher Koeffizient rauskommt, diese Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, die ist nämlich 0,2%. Das ist so ungefähr die Interpretation des P-Werts. Gut, jetzt kamen noch zwei Fragen zum R-Code. Jan hat gefragt, woran sieht man, dass die Variable Daten heißt? Das ist hier die erste Zeile. In der ersten Zeile wird dieser Datensatz eingelesen und der Variable Daten zugewiesen. Und man weiß in R zu über dieses Symbol, über diesen Pfeil mit einem kleinen Zeichen. Daran sehe ich, dass die Variable Daten heißt. Wo sieht man, Sina fragt, wo sieht man, dass es pro Jahr ist? Das steht in der Aufgabe. Das kann man nicht wissen, das muss man einfach gegeben haben. Auch wenn ich einen Datensatz habe, ich kann nicht wissen, wie das Alter gemessen ist. Jakob fragt, wo sehe ich die Nullhypothese? Die Nullhypothese ist bei einer Regression immer gleich. Die Nullhypothese ist immer, H0 ist immer mein realer Koeffizient gleich Null. Und H1 ist immer mein Koeffizient ungleich Null. Das sind immer die Nullhypothese. Okay, nächste Frage. Was bedeuten diese Sternchen? Da haben zwei Leute nachgefragt. Die Sternchen könnt ihr eigentlich ignorieren. Die Sternchen sind Shortcuts. Also ihr seht, wenn eine Variable auf einem Niveau von 0,001 signifikant ist, dann kriegt sie hier drei Sternchen. Also wenn ich so eine Regression mache, dann schaue ich tatsächlich auf die Sternchen. Und wenn alles sternhalber voll ist, dann freue ich mich total. Und dann ist alles nicht mit die Kante. Also das ist so ein Shortcut. Also ich schaue auch gar nicht mehr auf die P-Werte. Ich schaue tatsächlich, wenn ich so etwas mache, nur noch auf die Sternchen. Dilan hat gefragt, wie gesagt, bitte die Frage an alle stellen. Dilan hat gefragt, was bedeuten die Werte bei Intercept? Ja, meine Regressionsgleichung ist hier, hat einen Y-Achsenabschnitt. Also das könnt ihr euch vorstellen wie eine Gerade. Gerade hat einen Koeffizienten, also eine Steigung und einen Y-Achsenabschnitt. Wie in der siebten Klasse, Y gleich N mal X plus T. So haben wir das gelernt. Und unter Intercept sehen eben die Werte für den Y-Achsenabschnitt. Genau, und Ceteris Paribus, das erkläre ich nochmal, bedeutet, dass alle anderen Variablen konstant gelassen werden. Das heißt, steigt das Alter um 1 und bleiben alle anderen Variablen konstant, so sinkt der durchschnittliche Pizzakonsum pro Jahr um 7 Euro. Das ist das Ceteris Paribus. In unserem Fall sind alle anderen Variablen das Einkommen. Wir haben nur zwei Variablen in unserer Depression. Dazu noch eine Frage. Dann gehen wir zur nächsten Aufgabe. C, bestimmen Sie, also den fragt da, hat der Intercept eine besondere Bedeutung? Könnt ihr wirklich nicht mit mir reden gerade? Das ist schade. Der Y-Achsenabschnitt hat in unserem Fall also keine sinnvolle Bedeutung, aber der hat einfach die Bedeutung, wenn ein Mensch 0 Einkommen und 0 Alter hat, dann würde ich diesen Pizzakonsum erwarten. Ergibt natürlich in unserem Fall keinen Sinn, weil niemand kann das Alter 0 haben. Bei der C sollten wir jetzt die Stichprobengröße bestimmen und da gibt es tausend Möglichkeiten. Also zum Beispiel ist Residual Standard Error Degrees of Freedom, das steht hier, ist definiert als Stichprobengröße minus Anzahl Koeffizienten. Und die Anzahl der Koeffizienten ist 3. Diese Residual Degrees of Freedom sind 37, das heißt N ist 40. Oder ihr könnt es über die F-Statistik berechnen. Also ihr habt alle Größen der F-Statistik gegeben, außer die Stichprobengröße. Das heißt, ihr könnt die F-Statistik nach der Stichprobengröße 40 auflösen. Oder auch die Nennerfreiheitsgrade der F-Statistik sind definiert als N minus K, wobei K die Anzahl der Koeffizienten ist. Das heißt, auch hiermit könnt ihr auf die 40 kommen. Also es gibt 3000 Möglichkeiten, das zu berechnen. Dazu eine Frage. Also diese Sachen könnt ihr euch einfach in die Formelsammlung schreiben. David fragt, der Wert der T-Statistik gibt mir keinen Mehrwert, wenn ich sowieso den P-Wert ausgegeben bekomme. Das ist genau korrekt. Also wie gesagt, wenn ich mir sowas anschaue, die T-Statistik beachte ich nie. Die schaue ich mir nie an. Also ich schaue mir immer den P-Wert und meistens auch nur die Stärklinge an. steht da der vollständige Kecke aber da. ON2. Jan, wo hast du das entdeckt? Achso. Also die F-Statistik hat Freiheitsgrade und zwar Nenner- und Zählerfreiheitsgrade. Also einfach, ja, Parameter für die F-Statistik. Ja, und die Freiheitsgrade, die Zählerfreiheitsgrade sind die erste Zahl und die Nennerfreiheitsgrade sind die zweite Zahl. Das heißt, es ist eine F-Statistik zu zwei Zählerfreiheitsgraden und 37 Nennerfreiheitsgraden. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, wofür die Sternchen stehen? Ja. Okay. Also, wir haben hier P-Werte, ne? Also hier sind die P-Werte angegeben. Und weil Statistiker faul sind und einen Shortcut gerne wollen, gibt es dieses Sternchen. Und immer, wenn eine Variable signifikant ist auf einem Niveau von 0,1%, dann vergebe ich, dann klatsche ich hier drei Sternchen dahinter. Wenn eine Variable nur signifikant ist auf einem Niveau von 1%, dann klatsche ich zwei Sternchen dahinter. Und wenn eine Variable nicht mal signifikant ist auf einem Niveau von 10%, dann gibt es gar keinen Sternchen. Das heißt, wenn ich so eine Auswertung mache und auf meinen Output schaue und ich sehe gar kein Sternchen, dann weiß ich keine meiner Variable und es ist signifikant auf einem Niveau von 10%. Alles klar, danke. Also, es ist einfach nur ein Shortcut. Ja, also, das könnt ihr auch vollkommen innovieren. Ja, hier ist die Legende dafür. Und da hinten sind die Sternchen. Das haben auch nicht alle Statistikprogramme. Das ist halt eine besondere von Erden. Das ist noch eine gute Frage. Ja. Also, die 37, das sind ja die Nennerfreiheitsgrade und die bestehen aus quasi der Stichbogengröße und die Anzahl der Regressionskoeffizienten. Und aus diesen 37 kann man dann die Stichbogengröße quasi ermitteln. Irgendwie die 37 minus die Anzahl der Regressionskoeffizienten rechnet quasi. Und die Zählerfreiheitsgrade kriegt man daraus, daraus gibt man wahrscheinlich nicht die Stichbogengröße. Die Zählerfreiheitsgrade sind die Anzahl der Koeffizienten. Also, die Anzahl der Variablen. Ja, man muss ein bisschen aufpassen. Anzahl der Koeffizienten. Wir haben drei Koeffizienten, aber zwei Variablen. Ja. Weil wir halt noch einen Y-Achsenabschnitt haben. Okay. Und die 37, davon zieht man drei ab und nicht zwei. Genau. Das ist Definitionssache. Okay, danke. Leonhard fragt noch, also brauchen wir theoretisch nicht mal den Wert, um die B zu beantworten. Ja, du kannst auch mit dem Sternchen beantworten. Aber wie gesagt, die Sternchen sagen dir halt nur, was der P-Wert ist. Okay, noch eine Frage. Sonst gehen wir zur E. Ja, bei der E messen wir jetzt das Einkommen, oder das ist die Konsumausgabe für Pizza, nicht in Euro, sondern in Cent. Ja, das bedeutet, meine Variable Y ist jetzt nicht mehr Euro, sondern Cent. Ja, und jetzt ist die Frage, wie ändert sich die Punktschätzung für den Regressionskoeffizienten Wetterzahlen? Ihr erinnert euch, unsere Interpretation für diesen Koeffizienten war, steigt das Alter auch eins, so sinkt im Mittel der Pizzakonsum pro Jahr um 7,57 Euro. Ja, und das ist der Wert des Koeffizienten. Wir müssen noch zu dem machen. Wollte ich nur sagen. Ah, sorry. Dann lass uns kurz die E machen, danach nochmal mit dem E. Danke für den Hinweis. Ja, und das ist unser Wert für Wetterzahlen. Ja, und jetzt wollen wir aber den Pizzakonsum nicht in Euro, sondern in Cent messen. Das heißt, wir hatten vorher die Interpretation, okay, mein Alter steigt, mein Pizzakonsum sinkt um 7,57 Euro. Ja, und jetzt will ich das halt in Cent haben. Das heißt, der sinkt um 7,57 Euro, beziehungsweise 757 Cent. Das heißt, mein neuer Regressionskoeffizient ist einfach der alte mal 100. Ja, weil Euro mal 100 ist Cent. Genau. Das sind die 1. So, 2. Wie verändert sich der Wert der T-Statistik für den Regressionskoeffizienten? Wir haben gesagt, das ist mein neuer Koeffizient, nichts anderes als 100 mal der alte. Ja, und die T-Statistik ist ja nichts anderes als Koeffizient, der Schätzung von den Koeffizienten, durch die Standardabweichung des Koeffizienten. Okay, jetzt müssen wir uns überlegen, was passiert mit der Standardabweichung des Koeffizienten? Grundsätzlich ist die Varianz meines neuen Koeffizienten nichts anderes als die Varianz von 100 mal dem alten Koeffizienten. Ihr wisst, bei der Varianz kann ich diese 100 als Quadrat davor ziehen, mal Varianz von Wetter 2 alt. Und wenn ich jetzt die Wurzel aus dieser Größe ziehe, dann kommt dann raus nichts anderes als die Wurzel aus 100 zum Quadrat. Das ist 100 mal die Standardabweichung von Wetter 2 alt. Das bedeutet, unsere P-Statistik ist am Ende, meine neue T-Statistik ist nichts anderes als 100 mal der alte Koeffizient. Durch 100 mal die Standardabweichung des alten Koeffizienten. Und ihr seht, die 100 kürzt sich raus und wir bleiben mit der alten Teststatistik. Meine neue Teststatistik ist nichts anderes als die alte Teststatistik. Kann ich ganz kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja. Also klar, ich verstehe die T-Statistik und so, aber was war dein erster Schritt? Ich kann das nicht so ganz lesen. Varianz von und dann 100 mal Wetter 2. Und dann teilst du das durch die Wurzel, oder? Ach so, sorry. Das ist nicht gut aufgeschrieben. Ja, also ich habe mir jetzt überlegt, okay, ich habe jetzt diesen neuen Koeffizienten und jetzt messe ich nicht den Pizzaausgaben in Euro, sondern in Cent. Das heißt, mein neuer Koeffizient ist nichts anderes, das hatten wir uns ja vorher überlegt, neu ist nichts anderes als der alte Koeffizient mal 100. Und jetzt habe ich mir überlegt, okay, was ist die Varianz von diesen neuen Koeffizienten? Und das ist nichts anderes als die Varianz vom alten Koeffizienten mal 100. Das ist der erste Schritt. Also ich habe es einfach hier eingesetzt, ja, weil diese Gleichung hier gilt. Mein neuer Koeffizient ist nichts anderes als 100 mal der alte. Gibt es dazu noch eine Frage? Es ist nicht so ganz einfach. Ne, aber könntest du es vielleicht noch ganz gesoffen lassen einfach? Habe gesagt, ich lade das Video auch gleich hoch, dann könnt ihr das nochmal sehen. Genau, Charlotte hat noch gefragt, kann ich in der Zwischenzeit beantworten. Die App-Statrizität zeigt auch die Werte für den Test auf den Gesamtzusammenhang. Das ist doch in dieser Aufgabe gar nicht relevant. Ja, also wie gesagt, bei der C kannst du die App-Statistik benutzen, indem du die Stichpunktengröße berechnest. Und es kann ja auch sein, dass danach gefragt ist, ja. Also nach der, nach der App-Statistik. Wenn Janis fragt, wo es hochgeladen wird, such einfach auf YouTube Klausurtraining, Klausurtraining, A in Statistik, dann findest du es. Sonst ist es im Dropbox-Link, ist auch, in der Beschreibung ist auch der Link zum Video aus dem letzten Jahr. Und dann findest du auch das aus diesem Jahr. Okay, dann würde ich zu D gehen. D zeige ich euch am besten auch gleich in R, ehrlich gesagt. Die Schätzung der linearen Regression wurde mit folgendem Code in R durchgeführt. Schreiben Sie einen R-Code, der für die drei Koeffizienten einen Konfidenzintervall ermittelt. Und der Befehl ist einfach konfint. Und dann tut ihr erst die Variable rein, in der ihr eure lineare Regression gespeichert habt. Und dann müsst ihr angeben, welches Level wollt ihr haben. Welches Konfidenzniveau. Wenn ihr vorher schaut in den Code, das Modell wurde geschätzt, oder es steht hier, ne? Genau, das Modell wurde geschätzt mit dem Befehl lm und wurde gespeichert in der Variable lm. Und hier habe ich gesagt, dieser Strichpfeil sagt euch, wenn was einer Variable zugewiesen wird. Oder in der Variable gespeichert wird. Und das vielleicht ein bisschen klarer zu machen, wollte ich euch einmal noch fünf Minuten zeigen, wie das in R geht und euch sozusagen live Demo geben. Wenn es keine Fragen mehr dazu gibt. Zur Klausuraufgabe jetzt. Okay, super. Sonst gerne reingreifen. Okay. Also, ich habe hier mein R geöffnet und wir wollen uns jetzt einfach mal einen Datensatz anschauen und eine lineare Regression machen. Ja? Und ich habe einen Datensatz gespeichert auf meinem Computer. Und hier habe ich diesen Pfad hier eingefügt, auf dem mein Datensatz liegt. Und es ist ganz wichtig, dass wenn man diesen Pfad benutzt, dass man die Forward Slashes benutzt. Ja? Also, er erkennt das nicht, wenn ihr hier normalerweise habt ihr hier so ein Backward Slash drin. Und das erkennt er nicht. Ja? Ihr müsst alle Backward Slashes und Forward Slashes umwandeln. Ja? Und der Pfad heißt irgendwie Users, dann kommt mein Name, dann Desktop, neue Ordner, Klausur und Training und so heißt der Datensatz. Wenn ich diesen Befehl ausführe, dann lade ich meine Daten ran und ich speichere meine Daten in einer Variable, wie Herr Grimmisch das gemacht hat in der Klausur, in der Variable Daten. Und jetzt seht ihr hier in meiner Umgebung habe ich hier eine Variable, die heißt Daten und auf die kann ich draufklicken und dann sehe ich meinen Datensatz. Und ihr seht in diesem Datensatz, es gibt insgesamt 3097 Observationen, da gibt es verschiedene Variablen, ja? Also die haben einfach, das kommt von einer, ich glaube Volkszählung oder Volksumfrage in 2016, das heißt, die haben ganz viele Leute gefragt, ja, nach ihrem Einkommen, nach ihrer Wochenarbeitszeit, nach ihren Bildungsjahren, ob die im Westen geboren sind, wie glücklich die sind, wen die wählen und so weiter und so fort, ja? Und sogar, wie prestigeträchtig der Beruf ist. Es gibt so ein Beruf Prestigereitung, da ist, glaube ich, Anwalt ganz oben und ich weiß gar nicht, was ganz unten ist. Ziobs Rating hat das. Ich gebe es mal kurz im Chat. Glaube ich zumindest. Ah, jetzt habe ich es an irgendwen direkt geschickt. Genau. Und was man jetzt mit dieser, mit diesem Datensatz machen kann, ist, wir können uns mal überlegen, ob wir es schaffen, die Gender Pay Gap in diesem Datensatz zu finden, ja? Ich, den Code könnt ihr mal ignorieren, ja? Ich zeige euch mal kurz, ja, wir haben 3000 Leute in diesem, in diesem Datensatz drin und das ist die Verteilung vom Einkommen, ja? Das heißt, die meisten Leute verdienen so um die 1000 Euro. Die wenigen sind bei 2500 und dann habe ich ganz wenige, die so in die Range 7100 sind. Wie halt eine Einkommensverteilung aussieht. Ja, also genau das würde ich auch erwarten. Wenn man modelliert Einkommen häufig mit einer Exponentialverteilung, ja? Ja, und das passt schon ganz gut. Also dieser Plot sieht schon mal okay aus. Genau. Und was wir jetzt machen können, ist, wir können eine lineare Regression machen. Und zwar das Einkommen auf das Geschlecht regressieren. Und das ist der Befehl, also der Befehl ist ln, Einkommen auf Geschlecht. Da muss ich noch angeben, wie mein Datensatz heißt, ja? Und dann schreibe ich einfach data ist gleich. Und dann schreibe ich den Namen meines Datensatzes, wo ich den Datensatz gespeichert habe. In dem Fall habe ich den in der Variable Daten gespeichert. Also data ist gleich Daten. Ich könnte es auch anders nennen. Das ist egal. Genau. Und dann benutze ich den Befehl summary. Und summary gibt mir sozusagen diesen Output. Ja, was sind die Ergebnisse meiner linearen Regression? So. Das können wir jetzt eigentlich gleich mal machen. Wunderbar. Und dann seht ihr hier das Ergebnis. Und in unserem Datensatz ist es so, dass die Frauen haben den Code 1 und die Männer haben den Code 0. Und hier seht ihr den geschätzten Koeffizienten. Das bedeutet, in meinem Datensatz, unter diesen 3000 Leuten, die ich gefragt habe, verdienen die Frauen im Durchschnitt 776 Euro weniger als die Männer. Okay? Ich kann jetzt einen kleinen Statistikertrick machen, müsst ihr euch jetzt nicht merken. Ich kann auf den Logarithmus des Einkommens regressieren. Und immer, wenn ich auf den Logarithmus regressiere, kann ich diese Variable als Prozent interpretieren. Ja? Das heißt, ich kann diesen Wert jetzt hier als Prozent interpretieren. Das heißt, in meinem Datensatz verdienen die Frauen 44 Prozent weniger als die Männer. Ja? Da hat Charlotte eine ganz gute Frage gestellt. Was ist der Unterschied zwischen Multiple und Adjusted R-Squared? Würde ich ungern darauf eingehen, wenn ihr es nicht in der Vorlesung gesprochen habt. Ja, würde ich ungern darauf eingehen. Man korrigiert das R-Quadrat. Also das R-Quadrat wird immer höher, je mehr Variablen. Also kurz, kurzversiv. Das R-Quadrat wird immer größer, wenn ich mehr Variablen meine Regression aufnehme. Und im korrigierten R-Quadrat achte ich das. Dann habe ich sozusagen diesen Trade-off. Ich habe zwar mehr Variablen, aber auch einen besseren Erklärungsgrad. Und ich versuche, die so ein bisschen gegeneinander aufzuwiegen. Das ist die Kurzerklärung. Aber eigentlich ist jetzt die spannende Frage. Ich habe in meinem Datensatz ermittelt, ja, meine Frauen verdienen 471 Euro weniger beziehungsweise 44 Prozent weniger als die Männer. Wenn ich jetzt Bildredakteur bin, kann ich jetzt eine Schlagzeile schreiben und sagen, in Deutschland verdienen Frauen 44 Prozent weniger als Männer. Schreibt mal im Chat, was ist eure Meinung dazu? Ist das richtig, ist das falsch? Kann man das machen? Kann man das nicht machen? Gehen gerne, der Lewe. Hat weniger eine Idee, ihr seid 100 Leute. Nein. Hast du eine Begründung, David? Johanna, sehr gut. Ich schreibe die Antwort mal an alle. Sina, die Stichprobe ist zu klein. 3000 Leute ist okay. Also, ja, warum nicht? Genau, Johanna hat einen sehr guten Punkt. Also, was stimmt ist, in unserem Datensatz verdienen die Frauen 44 Prozent weniger als die Männer. Das liegt aber nicht nur an dem Geschlecht. Das liegt zum Beispiel auch daran, dass Frauen weniger arbeiten. Und es gibt nämlich in unserem Datensatz auch die variable Wochenarbeitszeit. Und wenn ich die in unsere Regressionen hinzufüge, dann sehe ich, dass mein Koeffizient kleiner wird. Weil ich für die Wochenarbeitszeit korrigiert habe. Das heißt, in unserem Datensatz arbeiten Frauen im Schnitt weniger. Das heißt, sie verdienen im Schnitt auch weniger. Es liegt aber nicht daran, dass sie Frau sind, sondern daran, dass sie weniger arbeiten. Und wenn ich dafür korrigiere, also wenn ich nur Frauen und Männer miteinander vergleiche, die gleich viel arbeiten, dann ist mein Gender Pay Gap nur noch bei 33 Prozent. Vorher habe ich eine Frau auf einer Teilzeitstelle mit einem Mann auf einer Vollzeitstelle verglichen. Das ist natürlich irgendwie nicht ganz richtig. Und jetzt vergleiche ich eben eine Frau auf einer Vollzeitstelle mit einem Mann auf einer Vollzeitstelle. Ist aber natürlich auch eine Erkenntnis, dass wir hier in dem Datensatz sehen, Frauen arbeiten mehr Teilzeit, verdienen deshalb auch weniger, sind vielleicht auch das jetzt abhängiger von Männern oder Ehepaarten. Genau. So viel kann ich zu sagen. Ja, und auch wenn ihr ganz viele andere Variablen hier noch mit reintut, könnt ihr mal ein bisschen rumspielen, werdet ihr sehen, die Gender Pay Gap wird da bleiben. Ja, und was die politischen Implikationen beziehungsweise Bedeutung sind, da kennt ihr euch bestimmt mindestens genauso gut aus wie ich. Gibt es noch Fragen für Erhaben? Was ich euch noch zeigen wollte, die Konfidenzintervalle. Wir hatten ja vorher einfach, ich kann euch mal zeigen, wie das aussieht. Also wenn ihr diesen Befrag laufen lässt, den wir gerade in der Klausur hingeschrieben haben, dann seht ihr hier einfach für alle Variablen die Konfidenzintervalle. Ja, also 6,97,5 minus, ja, also relativ easy. Super. Übrigens könnt ihr in dem Datensatz auch schauen, ob Frauen im Durchschnitt glücklicher sind als Männer. Ja, ihr könntet zum Beispiel Glück aufs Geschlecht regressieren. Glück heißt die Variablen, glaube ich. Ja, Glück. Auf, äh, Geschlecht. Kurze Frage, was denkt ihr? Ihr denkt gar nicht mit. Wenn es bei Frauen gibt es noch eine andere. Ich mache eine, ja, ich kann keine Umfrage machen. Ja, ich zeige euch kurz. Es ist tatsächlich so, dass Frauen glücklicher sind als Männer, ja. Der Kompizent ist positiv. Okay, gut. Letzte Frage. Was bedeutet das ermittelte Konfidenzintervalle in der Zeile Intercept im Sachzusammenhang? Das bedeutet einfach, dass auch mein Y-Achsenabschnitt ähm, unsicher ist. Und also, im Sachzusammenhang schwierig, also kann man nicht so richtig interpretieren, ja. Ich versuche halt einfach eine Gerade zu bilden, die das, die, die den Zusammenhang zwischen Einkommen, Geschlecht, ähm, abbildet, ja. Ja, und wenn du gerade darauf beschränkst, dass sie unbedingt bei Null anfangen muss, dann ist das nicht unbedingt sinnvoll, ja. Weil dann habe ich nur, habe ich nur eine begrenzte Anzahl an Geraden, die ich, die ich als Zusammenhang angeben kann. Deshalb nimmt man eben immer ein Intercept. Den kann man aber nicht so wirklich interpretieren. Benjamin hat eine gute Frage. Heißt das kleine R-Quadrat nicht auch, dass das nicht so aussagekräftig ist? Das R-Quadrat sagt mir, wie viel meiner Varianz der Variable ich erklären kann durch, ähm, durch, äh, die Regression, ja. Das bedeutet, in unserem Fall, in unserer Regression, lass mal kurz schauen, hatten wir ein R-Quadrat von 27%. Ja. Und das ist nicht unbedingt klein, ja. Das bedeutet, ich kann 27% der Varianz des Einkommens damit erklären, dass ich weiß, bist du eine Frau und wie viel arbeitest du? Andere Faktoren, die da reinspielen, sind natürlich Zufall, ja. Irgendwie Sympathiepunkte, aber natürlich auch Bildungsgrad, Industrie, in der du arbeitest und so weiter. Ja, also nur weil das R-Quadrat klein ist, ich meine, immerhin 27%, das ist gar nicht so wenig, kann ich damit erklären, dass ich weiß. Also bist du, also die, allein die Information, bist du eine Frau und wie viel arbeitest du, lässt mich zu einem Viertel erklären, wie viel Einkommen du hast. Also das finde ich nicht wenig. Okay, gibt es noch weitere Fragen? Kann ich dir vielleicht eine Frage zu Zbyschert stellen? Ja. Wir hatten ja eine, diese Aufgabe von gerade, wo wir so eine Aufgabe hatten, wo so eine Zwischenangabe war, also irgendwie 20 und 30 zum Beispiel. und dann sollten wir, dann konnten wir das schön hinzeichnen und einfach sozusagen, ja, diesen Abschnitt zwischen beiden, sozusagen dann einmal bestimmen. Ja. Wie ist es eigentlich, wenn man nicht so eine Zwischenaufgabe hat, also nur einen Wert hat, zum Beispiel, da steht irgendwie weniger als 10 oder als mehr? Das geht nicht. Das geht nicht. Du brauchst bei der Ungleichung, ich habe immer symmetrische Unerwartungswert. Okay. Eine Bitte von mir, ich fände es mega, wenn ihr mir Feedback gebt zum Flausuntraining zu heute und gestern. Ich habe euch da einen Link reingeschickt, gerade in den Chat. Es sind nur drei Fragen, das wäre ich euch super verbunden, wenn ihr das ausführen könnt, dann kann ich mich leicht verbessern. Leonard hat noch eine Frage, kannst du vielleicht einmal die 0,01 der Wochenarbeitszeit erklären? Sehr gerne. Das heißt, ich habe hier meine Regression gemacht und genau. In unserem Fall ist es hier so, also wenn meine Wochenarbeitszeit um eine Einheit, also um eine Stunde steigt, dann steigt mein Monatsgehalt im Mittelum Cetanis Blalibus um ein Prozent. Um 1,49730 Prozent. Ich habe auch gerade noch eine Frage. Ja. Also du hast ja eben geschrieben, dass quasi Level von 0,95 ist ja das Signifikanzniveau oder 0,05 oder was auch immer. Ja. Und manchmal steht da auch Rate. Rate. Und jetzt ist meine Frage, was ist da der Unterschied? Also wann schreibt man Rate? Bei R jetzt. Ja. Also bei R, es gibt halt Funktionen und diese Funktionen sind bestimmt definiert. Also zum Beispiel gibt es eben diese Funktion ConfIn. Und bei dieser Funktion, das ist so definiert, dass du das Signifikanzniveau als Level ist gleich angibst. So ist diese Funktion geschrieben. Ich könnte ja auch eine andere Funktion schreiben, die genauso heißt, aber wo du das Signifikanzniveau als Rate angibst. Also wo hier nicht Level ist gleich steht, sondern Rate ist gleich. Ja, weil es gab da so eine Klausuraufgabe und da sollte man quasi wirklich nur das hinschreiben. Da war jetzt kein R-Programm schon ausgegeben, sondern man sollte das einfach wirklich nur dann einen Satz dazu hinschreiben. Und deswegen wusste ich dann nicht, welches ich dann nehme, weil das ist dann irgendwie gefühlt in jeder Aufgabe unterschiedlich. Ja, also wie gesagt, wenn du die Funktion benutzt, musst du Level schreiben, bei anderen Funktionen musst du vielleicht Rate schreiben. Letzten Endes, also ich meine, das ist ja auch ein bisschen blöd, weil ich meine, also wenn ich programmiere, dann google ich halt sowas. Oder schaust du hier in der R-Hilfe noch. Okay. Melissa hat noch eine Frage. Kann man die Formel für den P-Wert vom Gauss-Test auch analog beim Vergleich zweier Wahrscheinlichkeiten anwenden? Ich verstehe nicht genau, was du meinst. Ich kann es ja einmal so noch sagen. Wir haben ja diese drei Formeln quasi bekommen, wie man den P-Wert berechnet jetzt, ob es von rechts oder von links und so. Und jetzt war bei einer Aufgabe in einer alten Klausur, da war es halt kein Gauss-Test, sondern man hatte den Vergleich zweier Wahrscheinlichkeiten. und da sollte man dann den P-Wert berechnen. Aber du meintest ja zum Beispiel, dass man das nicht einfach so beim T-Test machen könnte. Deswegen wusste ich jetzt nicht, ob ich es einfach genauso dann auf diesen Vergleich zweier Wahrscheinlichkeiten beziehen kann. Da bin ich überfragt. Da müsste ich die Aufgabe sehen. Okay. Maximilian hat noch eine gute Frage. Frage, die ich beantworten kann. Ja, also es gibt ein paar Shortcuts in dieser LM-Funktion. Also zum Beispiel, ja, habe ich ja in meinem Datensatz ungefähr 19 Variablen, die habe ich euch vorher gezeigt. Also Geschlecht, Alter, Einkommen, lieber Blub, Internet, wie oft Prozessinternet und was mein Beruf und so weiter. Und wenn ich auf alle Variablen registrieren will, das heißt, wenn ich alle Variablen als Prädiktoren haben möchte, dann kann ich da einen Punkt reinschreiben. Ja. Und dann seht ihr, dass wir hier alle Variablen als Prädiktoren drin haben. Ja. Also ob du Fachkraftvertrieb bist oder nicht, ob du Beruf von Beruf Allgemeinarzt bist oder nicht, also wirklich alles drin. Ja. Und da seht ihr auch hier für alle, für alle die Koeffizienten, Standardfehler und P-Werte. Bei der Frage war, wann benutzt man den Punkt? Den Punkt benutzt man, wenn man eine Interaktion darstellen möchte. Also zum Beispiel regressiere ich auf Geschlecht plus Wochenarbeitszeit plus Geschlecht mal auf Geschlecht mal Wochenarbeitszeit. Ja, jetzt versuche ich eben eine Interaktion darzustellen. Ja, also wenn Frauen mehr arbeiten, verdienen sie dann mehr, als wenn Männer eine Stunde mehr arbeiten. Ja, und dann benutzt man eben den Doppelpunkt. Ja, jetzt siehst du hier diese Interaktion mit als Prädiktor. Super. Noch eine Frage. Dann würde ich euch nochmal wirklich bitten, die Speedback-Form aufzufüllen. Das hilft mir wirklich sehr. Ich lese mir das immer durch. Und sonst bedanke ich mich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und Erfolg und Glück bei der Klausur. Ja. Dann bis dann. Dann bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020